Mehr Winter erleben in Grindelwald und in sechs weiteren Schweizer Top-Destinationen. Das Hotel Sönnstar in Grindelwald liegt zentral und an herrlicher Aussichtslage. Der Hotelbus holt Sie vom Bahnhof ab und bringt Sie direkt zu unserem Haus. Willkommen, grüß dich, danke schön, das freut mich auch, danke schön. Herzlich willkommen, danke schön. Schön, wie du da warst. Das Wochenprogramm bietet zum Beispiel am Morgen Abend eine Fakkelwanderung mit einem Fondyplos dazu oder am Morgen ein Jibo. Die modernen Zimmer und Suiten im alpenländischen Stil verfügen über TV und Wireless Internet Zugang. Vom Balkon haben Sie Sicht in die Berge und auf die legendäre Eiger Nordwand. Mieten Sie Ihre Skiausrüstung im Sportgeschäft, welches sich im eigenen Haus befindet. Die Bushaltestelle liegt gleich gegenüber und bringt Sie gratis und bequem ins ausgewählte Skigebiet. Entspannung Pur bietet unser umfangreicher Wellnessbereich mit Aromadampfädern, Hallenbad, einer aussichtsreichen Blocksauna und einem Fitnessraum. Gönnen Sie sich zum Beispiel eine Hotstone-Massage. Unsere Seminargäste schätzen die angenehmen, mit neuster Technik ausgestatteten, multifunktionalen Räume. Gerne begrüsst Sie unser Direktor persönlich beim Gästeapero. Den Hallpensionsgästen wird ein erlesenes Viergangmenü im Speisesaal serviert. Das gemütliche öffentliche Restaurant Adler verwöhnt Sie mit ausgesuchten Spezialitäten und Berner Oberländer Produkten. Lassen Sie den Tag bei einem Schlummertrunk an der Bar fröhlich ausklingen. Viel Vergnügen bei einem weiteren erlebnisreichen Tag im Hotel Sönstar in Grindelwald. Mehr Winter erleben in Grindelwald und in sechs weiteren Schweizer Top-Destinationen. Sunstar Hotels. Zeit, die bleibt.